Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, heute wieder mit Broker Finmax und meinem großen Konto. Ich trade 60 Sekunden. Mein Startrate beträgt hier 2000 Euro. Zunächst schaue ich mir die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir haben einige sehr wichtige News im Australisch Dollar, im Euro, im US-Dollar. Als nächstes suche ich mir einen Trade im MetaTrader5 nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung meiner 7 Indikatoren. Ich mache zwischen 2 und 5 Trades. Euro-Yen sieht gut aus. Hier steige ich ein. Zweimal. Nun sollte er in den nächsten Sekunden wieder steigen. Aktuell sind beide Trades im Gewinn. Und er steigt weiter. Und er steigt weiter. Und er steigt weiter. Sieht gut aus. Noch 10 Sekunden. Wunderbar. Alle beiden Trades gewonnen. Wer sich für meine Strategie interessiert, kann noch bis 31.12. meine Corona-Aktion in Anspruch nehmen. Du sparst bis zu 849 Euro. Du kannst auch in Raten ohne Auspreis bezahlen. Ab Januar gibt es diese beiden Kurse nicht mehr. Das ist deine letzte Chance, noch einmal mein Privatcoaching in Anspruch zu nehmen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.